O hochfeiertes Publikum, sag mal, bist du wirklich so dumm? Wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen, jeder Direktor mit dickem Popo spricht, das Publikum will es so. Jeder Filmtritt spricht, was soll ich machen? Das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achse und spricht, gute Bücher gehen ihm nicht. Sag mal, feiertes Publikum, bist du wirklich so dumm? So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht. Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verletzt sein. Aus lauter Besorgnis, Müller und Kunt könnten mit der Bestellung drohen. Aus Beinigkeit, es käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und demonstrierte und denunzierte und prozessierte. Sag mal, feiertes Publikum, bist du wirklich so dumm? Ja dann, es lastet auf diese Zeit der Flucht der Mittelmäßigkeit. Hast du einen schwachen Mann, kannst du keine Wahrheit vertragen, bist du nur ein Grießbreifresser? Ja dann, ja, dann verdienst du es nicht besser. Ja dann, ja dannト